Weißt du, was mir an uns Kamm-Molchen so gut gefällt? Nein, sag's mir! Uns erkennt man leicht an unserem orangefarbenen Bauch mit dem schwarzen Muster, der grau-schwarzen Oberseite, den weißlich-granulierten Flanken und den gelbgeringelten Zehen. Stimmt! Dadurch unterscheiden wir uns von den anderen Molcharten. Ziehst du heute auch dein Hochzeitskleid an? Klar, das haben wir immer in der Balz- und Leichtzeit von März bis Juli an. Schließlich muss ich prächtig aussehen, um dir zu imponieren. Das tust du! Mir gefällt dein stattlicher Kamm, so gezackt und schick an der Schwanzwurzel tailliert. Fesch finde ich auch die Milchstreifen an deinen Schwanzseiten. Wenn du Feuer spucken könntest, dann wärst du mein kleiner Urzeitdrache. Dein Kamm ist zwar nicht so protzig, aber deine orangefarbene Schwanzunterseite, oh la la, mon dieu! Ja, die ist bei euch Männchen dunkel. Und so kann man uns Molchweibchen gut von euch Männchen unterscheiden. Wollen wir uns mal umziehen? Gerne. Die Wassertracht ist zum Angeben. Und, voila, hier mein Tarngleid. Da wir uns von Mitte Sommer bis Ende Winter an Land verstecken, trage ich natürlich meine unauffällige Landtracht ohne Kamm. Hm, jetzt schaust du aus wie ich. Ja, jetzt schaust du aus wie ich.